Bevor das Video anfängt schaut euch sehr sehr gerne beim Video von gestern vorbei würde mich sehr freuen wenn ihr das auch bis zum Ende anschauen möchtet wenn euch ein bisschen was zu über mein Leben interessiert wäre auf jeden Fall nice und ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video Yo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir heute mal zum Anlass der fucking 1000 Abonnenten Alter ist auf jeden Fall richtig krass was ich hier auf YouTube erreicht habe mit der Hilfe von euch natürlich ist ja irgendwie klar ich weiß es sagt jeder jeder kriegt seinen Zuschauer damit irgendwie in den Arsch möchte ich eigentlich auch gar nicht ich möchte es einfach faktisch darstellen ohne euch wären die Abos nicht da das ist klar ihr seid die Leute die mich abonnieren die mich vielleicht weiterempfehlen liken kommentieren und was auch immer ist auf jeden Fall richtig richtig sick vielen vielen Dank an jeden einzelnen von den 1000 Leuten wirklich verweistens auch nicht ganz 1000 vielleicht 100 zweiter Counts oder so gibt es ja immer von daher müssen ja realistisch bleiben sind seit 900 Leute immer noch krass ja auf jeden Fall viel vielen Dank für jeden einzelnen der mich unterstützt ich sweite nicht wirklich auf Abos drauf ich mache das was ich Bock habe und hoffe dass ich damit Leute unterhalten kann das hat bisher eigentlich relativ gut geklappt das klappt immer besser und deswegen denke ich mal bin ich auf einem guten Weg würde mich freuen wenn ihr weiterhin aktiv sein würdet wenn ihr weiter mit mir den Weg des YouTube Daseins gehen würdet gerne natürlich liken kommentieren immer wieder wenn ihr Bock habt natürlich immer freiwillig ne ich will kein so irgendwas zwingen nicht bei 10 Likes mache ich das und das oder so ne Scheiße ne wisst Bescheid einfach wenn es euch gefällt liken wenn nicht gerne disliken ist auch in Ordnung aber wer auf jeden Fall nice wenn ihr wirklich wenn doch die Welt auch gleich geben wird um einfach zu zeigen yo ich unterstützt dich Digger macht also es ist eine schneide rausgehauen oder so irgendwie sobald wer viel von ein ist um ich denke mal viel mehr möchte ich heute jetzt auch gar nicht mehr sagen in diesem Video auf jeden Fall aber viel vielen Dank für die 1000 wir haben es endlich geschafft richtig sick ich lasse mich schön feiern keine Ahre gesetzt in die Blöden ich habe kein Bock jetzt irgendwie um euch zehn Minuten lang zu sagen ihr seid die besten und dann zehn Minuten werden dann drauf ballern ist auch nicht der Sinn davon ich denke mal die menschliche Message ist angekommen kann zwar kein Englisch aber ihr wisst Bescheid wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder ganz gemütlich es geht so weiter wie gewohnt demnächst kommt ja wahrscheinlich auch ein 24 Stunden Stream oder 20 Stunden Stream muss auch schauen wann genau das wird auf jeden Fall Datum wird veröffentlicht frühzeitig bleibt auf jeden Fall aktiv und ich würde sagen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag macht's gut haut drei meine Freunde und ciao